Hallo, ich bin Adelina Horn und ich bin Online-Marketing-Managerin und Stadtblockerin auf Leipzig leben. Ich unterrichte im Kurs Online-Marketing-Manager das Modul Markenkommunikation und Imagebildung. Und in diesem Modul geht es darum, wie wir es schaffen, zu unseren Produkten eine Begehrlichkeit zu wecken. Das heißt, in unseren Konsumenten das gewisse Glitzern in den Augen hervorzurufen, wenn es darum geht, Marken zu etablieren und uns eine gewisse Reichweite zu erkämpfen beziehungsweise ein Image zu unseren Produkten auszubilden. Wir wollen Geschichten erzählen, wir wollen unsere Produkte zum Leben erwecken und wir wollen sie begehrlich machen. Die Module sind unheimlich vielfältig. Wir beschäftigen uns mit dem theoretischen Markenkonstrukt an sich. Das heißt, warum braucht man überhaupt Markenkommunikation im Unternehmen? Was kann eine Marke für einen Mehrwert für uns bedeuten, um unsere Produkte zu positionieren und nicht in den direkten Preiswettbewerb mit unserer Konkurrenz zu treten? Und was können wir für Strategien fahren, um uns entsprechend am Markt zu etablieren und entsprechend positive Assoziationen in den Köpfen unserer Zielgruppe zu manifestieren? Wir beschäftigen uns mit Strategien auf YouTube, viralen Strategien, virtuellen Identitäten. Wir beschäftigen uns mit Weblogs und Corporate Blogs, aber auch mit dem großen Themenkomplex E-Mail-Marketing und wie sie es schaffen, in der direkten Ansprache ihre Kunden zu binden und auch neue Kunden zu gewinnen. Am Ende dieses Kurses werden sie einen perfekten Handwerkskoffer in der Hand haben, um Entscheidungen zu treffen, um ihre Mitarbeiter anzuleiten und entsprechend auch ihre Produkte bestmöglich zu vermarkten und positive Gefühle und Emotionen in den Köpfen ihrer Zielgruppe hervorzurufen. Ich freue mich darauf, Sie in meinem Modul begrüßen zu können. Wir beschäftigen uns mit spannenden Praxisbeispielen, spannenden Hausaufgaben in zwei Themenwochen und abschließend in einem Workshop hier in Leipzig in der HSB Akademie. Ich freue mich darauf, Sie haben mit dem Kursen geöffnet, in dem Kursen geöffnet, wenn im Kursen geöffnet, in dem Kursen geöffnet werden Sie auch mit dem Kursen geöffnet werden. Vielen Dank.